hi leute heute wollte ich mal noch ein kleines ankündigungsvideo machen oder ein kleines video so einfach was noch meine pläne fürs restliche jahr sind und ja ich wollte es eben ganz entspannt ausklingen lassen ich wollte noch ein bisschen fasten ein bisschen zur ruhe kommen einfach mich mit dem bier selber ein bisschen beschäftigen ja noch so ein paar dinge angehen und so weiter aber ganz ruhig eben ausklingen lassen wahrscheinlich auch ein bisschen weniger videos machen jetzt und dafür aber wenn es dann nach thailand geht das ist genau am 28 dezember geht es für mich nach thailand für drei monate freue ich mich schon voll drauf treffe mich da auch mit voll vielen anderen leuten auch die auf youtube kanal haben und ja werde dann auch viel filmen und so und da wieder mehr film eben und jetzt vorher das jahr wollte ich noch ganz ruhig und entspannt ausklingen lassen und ein bisschen nochmal ja wie es die natur macht bis hin und so im winter aufs wesentliche konzentrieren bäume lassen die blätter fallen und ja alles ist passiv und tankt energie ja und damit es dann wieder weiter gehen kann wieder von vorne losgehen kann der kreislauf und ja ich wollte eben auch noch ein bisschen mich zurückziehen jetzt bis ich dann nach thailand wieder gehen zu warme und vorher noch ein bisschen fasten und im dezember wer lust hat wer aus würzburg bayern das ist ich vorbeikommen mag wer den weg auf sich nehmen mag ist ein potluck im dezember und zwar am fünften dezember samstag um drei uhr hier also wer vorbeischauen mag jeder ist herzlichst eingeladen jeder kann gern vorbeikommen und im anschluss an dem potluck hat der marvin marvin light beziehungsweise sonst hat er sich marvin fruit auf youtube genannt ein kleines fasten organisiert und ja wir werden so fünf bis zehn leute sein und dann hier ein bisschen fasten ganz unterschiedlich manche saft fasten weiß nicht jemand wollte auch trocken fasten machen und ja ganz unterschiedlich ich denke ich werde saft fasten machen ja gibt noch so gute äpfel moment und ja das sind so die pläne für mich fasten nach und ansonsten arbeite ich noch so ein bisschen nebenbei gerade beziehungsweise noch so ein bisschen pläne für meine eltern weil die jetzt neu bauen und für die zeichne ich dann die pläne und und das wollte ich noch fertig machen bis ich dann nach thailand gehe und dann jetzt vorher noch fasten schön weihnachten feiern und dann geht es nach thailand silvester in thailand brauche ich mich auch schon voll drauf und dann wieder tropische früchte genießen ja das ist so meine restliche planung ja wollte ich noch mal loswerden was ist neuer plan noch so für dieses jahr meines eben entspannen zur ruhe kommen ein bisschen besinnen und sich wieder auf sich selbst zu konzentrieren und ja schreibt einfach mal das video was ihr noch so vor dieses jahr ob es auch noch entspannt ausklingen lasst das macht wie die natur heute zurückzieht passiv werde und energie tankt einfach und ja das sind meine pläne schreibt euch einfach drunter macht's gut leute ciao